Untertitelung im Auftrag des ZDF Wir kommen, wiederhören. So, jetzt gab es der Beifung, ob es für mich vorstellt. Das ist möglich. Den Herrn Zeil vom Elektrogeschäftsherrn. Ja, was weiß denn noch? Sehr gut. Ja, ich. Ist nicht so klar. Der Luss, ich habe es gefunden. Ja, ich habe es virtuell. Ja, muss ich zeigen. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi, wo ist es wirklich? Vielen Dank.